Hallo, ich bin Aline und nun schauen wir uns gemeinsam an, wo Sie auf Alango die Mediendateien finden und wie Sie diese abspielen können. Lassen Sie uns gleich loslegen. Die Mediendateien Ihres Lehrwerks sind auch ohne Registrierung oder erworbene Lizenzschlüssel abrufbar. Suchen Sie hierzu auf Alango Ihr gewünschtes Buch und wählen Sie es aus. Wenn Sie nun nach unten scrollen, sehen Sie unter dem Reiter Medieninhalte zur Printausgabe alle verfügbaren Medien und können diese direkt abrufen. Hier können Sie nach Medientyp filtern oder direkt auf die gewünschte Seite im Buch springen. Alternativ können Sie hier die Seitenleiste öffnen, die sämtliche Medieninhalte pro Seite darstellt. Mit einem einfachen Klick auf die gewünschte Mediendatei öffnet sich der Media Player, mit dem Sie direkt in Alango zum Beispiel Audios oder Videos abspielen können. Ein interessantes Feature für Sprachenlernende ist die Möglichkeit zum langsameren oder schnelleren Abspielen der Mediendateien. Sie können den Player auch über das Symbol rechts unten verkleinern, so dass er die aufgerufene Seite während des Abspielens nicht verdeckt. Wenn Sie in Alango angemeldet sind, können Sie Ihre Mediendateien mit einem Klick auf das Lesezeichen merken, so dass Sie diese später schnell wiederfinden. Mediendateien abzuspielen war noch nie so einfach wie mit Alango.